Ja, von dem helligen Zadig. Also der Mensch pflegt sie mal reingehen und hat gewusst, wie er sie gekommen ist. Und nach was, wie sie gekommen ist, und wo sie werden. Dort ist er da verschrieben, was er tatet gelosen. Sie kommen zu ihm, Amitern mit dem Sinn. Ich denke, es ist bei dem Taten. Wir hatten gedacht, dass sie ihn auf die Schlüssel geslugt. In der Kessischen Armee geslugt. Aber er hat immer gesagt, dass er nicht geslugt hat. Und warum schlug der Dmitter? Warum schlug der Dmitter? In den Zweigang, in den Axel, in den Axel Niederrker. Mit dem nicht geniemen.